Ich bin jetzt hier mit David. Ich bin in Heidelberg. Wir machen gerade Sightseeing. Ich habe schon das Westschloss oder was auch immer kennengelernt. Die Weststadt. Aber was viel geiler ist mit David ist die Unterhaltung. Und deswegen bin ich auch in Heidelberg angehalten, weil wir haben uns schon eigentlich öfter mal verabredet dafür über gewisse Themen zu reden. Und jetzt sind wir gerade am reden und da ist ein Stichwort gefallen. Männlichkeit. Und da hat David losgelegt. Hey, stopp. Wir machen Video. Weil Männlichkeit, ich glaube die Männlichkeit oder die neue Männlichkeit oder was ist Männlichkeit? Das ist ein Thema, was zurzeit durchaus polarisiert. Vielleicht so als Gegenbewegung zum Feminismus. Aber David hat auch mal ein Video dazu gemacht. David gibt es aber nicht mehr auf YouTube, weil er fokust Sport auf Instagram, sagen wir mal, pauschal. Ja, beziehungsweise Fokus halt auf andere Sachen, nicht mehr auf Social Media. Genau. Also mehr wieder im Real Life zu Hause als auf Social Media. Ja. Um jetzt hier gleich mal eine Spitze rauszuhauen. Ja, das ist ja kein Thema. Aber trotzdem verfügst ja immer ein gewisses Gedankengut, was ich immer auch als wertvoll erachtet habe. Auch wenn es mal nicht derselbe Meinung war. Sprich Quantenphysik. Erinnere mich dunkel. Stimmt, ja. Da habe ich mir auch gesehen in den Kommentaren. Ja, also sowas passiert. Aber ja, und jetzt Männlichkeit. Also, du hast angefangen Männlichkeit und dann war das Thema war gerade Geld. Und du hast gesagt, dass das Thema Männlichkeit und Geld eine Verbindung hat. Was hattest du da gemeint? Ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt konkret um die Männlichkeit ging. Ich glaube, du hast das Stichwort Männlichkeit in den Raum geworfen. Aber es ging um das Thema Sexualität und Frauen. Ach stimmt, Sexualität, ja. Und was ich in dem Gespräch sagen wollte, ist, dass ich der Meinung bin, dass dieses, wie soll ich das sagen, also es geht nicht direkt um Geld. Also ich glaube schon, dass für einen Mann, das ist jetzt vielleicht eine kontroverse Ansicht, aber für einen Mann Ressourcen zu haben, emotionale Ressourcen sind auch wichtig. Also emotionale Stabilität, emotionale Stärke, einen gewissen Stoizismus auszustrahlen. Glaub ich, dass das mehr so die männliche Polarität ist. Okay. Und dass aber auch die finanziellen, die materiellen Ressourcen was ist, was ein Mann bis zu einem gewissen Grad männlich macht. Okay, also das könnte man unter dem Deckmittel Stabilität. Ja, Stabilität, emotional, finanzielle Stabilität. Und ich glaube halt auch, dass sowas wie Tatendrang zum Beispiel ist ja auch so eine typisch klassisch männliche Eigenschaft. Da werden jetzt bestimmt viele Frauen sagen, ich habe ja auch Tatendrang. Ja, stimmt, aber man würde es eher in die männliche Polarität sehen. Und das ist ja auch so. Also klassischerweise. Ja, klassischerweise. Und wenn wir jetzt mal so auf der hormonellen Ebene Testosteron als männliches Hormon definieren würden, ist es ja so, je mehr Testosteron du hast, desto aggressiver bist du, desto mehr Tatendrang hast du, desto dominanter trittst du auch auf. Also ich habe genug, ich habe selber keine eigenen Erfahrungen, ich kenne genug Freunde, die das gemacht haben, die mir das auch bestätigt haben. Und so ist es auch, dass dieser, dieser Tatendrang, wenn du ihn richtig kanalisierst, sich halt eben auch in diesen materiellen Ressourcen manifestiert. Okay. Wenn du, ja. Okay, jetzt mal. So in die Richtung wollte ich gehen. Ja, okay. Das habe ich schon mit mir geahnt. Und deswegen. Jetzt kommt der Joker, den du hattest. Nein, nein, ich habe keinen Joker, aber ich gehe auf das ein, was du sagst. Wie ist das denn? Du sagst, das Testosteron ist das männliche Hormon so, weil Männer über mehr Testosteron verfügen. Aber es ist ja auch so, dass Frauen Testosteron haben. Ja, ja, jeder der menschliche Körper braucht das. Ja, also das dann direkt zu sagen, okay, das ist jetzt männlich, weil der Mann mehr hat und weil das den Mann ausmacht, ist natürlich total viable, kann man, kann man, kann man so tun. Aber grundsätzlich ist ja das eine das Biologische und das andere ist, wie entwickelt sich unsere Gesellschaft. Und das Biologische zum Beispiel ist, boah, der geht mir auf den Sack, ich haut den in die Fresse. Das wäre jetzt biologisch korrekt für mich. Ja, nicht unbedingt. Also ich würde jetzt auf die Spezies Mensch zum Beispiel wenn du das auf die Spezies Mensch beziehst, bei manchen Tieren, wo das tatsächlich beim Löwe zum Beispiel, der sieht halt, der Typ da hinten, der andere Löwe, der hat ein Rudel Weibchen, was mir gefällt. Also töte ich den jetzt einfach und schnappe mir die Weibchen von dem. Aber die menschliche Gesellschaft ist ja schon immer viel komplexer gewesen. Also der Mensch ist ja schon immer eigentlich auch evolutionär ein soziales Wesen gewesen. Deswegen kannst du als Mensch so nicht agieren. Also bist du der Meinung, worauf es eigentlich deinen Gefühlen handeln kannst in diesem Land. Und dass du nicht das Gefühl hast, dass manchmal evolutionär in dir was ist, so ein Trieb. Da bin ich, dachte ich eigentlich, dass du zustimmst. Also das Unmännliche dann. So, dass du dann halt irgendwie so eine besonderes Art und Weise aggressiv bist, was du dann nicht auslebst. Wegen der kulturellen Prägung. Also ich bin der Meinung, dass man generell nicht immer nach all seinen Gefühlen handeln sollte. Also ich weiß, Gefühle sind handlungstreibend. Und woher kommt diese Erkenntnis? Die Erkenntnis, das ist einfach meine Lebenserfahrung. Wenn ich einfach meinen Impulsen und Gefühlen folge, dann... Und woher kommt deine Lebenserfahrung? Trial and error. Oder ich habe gesehen, dass andere Menschen Fehler gemacht haben. Genau, du lebst in der Gesellschaft. Und das ist das Sozialisierungsding. Und daher kommt auch unsere Erfahrungen, unsere Überzeugungen, die sind ja nicht unbedingt intrinsisch, sondern die sind dadurch entstanden, dass wir in dieser Gesellschaft Erfahrungen gesammelt haben. Und jetzt ist nämlich die Frage, die Gesellschaft hat sich verändert. Über, und das war mein Punkt, über die Biologie hinaus. Wir dürfen nicht mehr oder wir können nicht mehr. Die, ich sage mal, Männlichkeit, um jetzt deinen Stand aufzunehmen, die Männlichkeit so leben. Genauso wie auch die Weiblichkeit vielleicht nicht so gelebt hat. Aber ich würde jetzt nicht... Lass mich mal den Satz noch zu Ende finden, dass ich dir ein Statement entdecke. Genau, also du kannst es nicht leben. Und das heißt, es gibt eine faktische Veränderung von dem, was ich bin und wie ich jetzt in der Gesellschaft lebe, wo ich einen Konsens habe. Und da ist dieser Kritikpunkt völlig zu Recht aus meiner Sicht, dass man sagt, dieses Männliche als männliche zu bezeichnen oder diese Hormone als dieses zu kultivieren, dass man da sagt, hey, das nicht mehr. Wir wollen uns über die Evolution erheben quasi und in eine schönere Welt kommen. Also, du hast jetzt viele Punkte auf einmal gemacht. Tja, um dich zu verwirren. Genau. Das ist tatsächlich eine Funktion des menschlichen Gehirns. Wenn der Satz irgendwann mal zu lang wird, kann man den Anfang nicht mehr... Ja, meine Zuschauer werden das kennen. Genau. Und dann ist das ein guter... So hat man eine Philosophie-Vorlesung gehört. So hat einer von den Philosophie-Professoren, hat da schön seine Studenten verwirrt regelmäßig. Nee, aber ich würde jetzt erstmal... Ich würde mich jetzt nicht 100% auf die Aussage festnageln lassen, dass Testosteron das männliche Hormon ist, aber nur ein männliches Hormon, ja. Ich würde aber schon sagen, dass man halt durch Testosteron männlicher wird. Also, jeder Mann, der noch nie Krafttraining gemacht hat, mit Krafttraining anfängt, das weiß man. Das steigert das Testosteron in den Testosteron-Gehalt. Aber können wir uns mal einigen sagen, dass er kräftiger wird, dass er stärker wird? Er wirkt männliche Anziehende auf Frauen. Und Frauen, wenn die Testosteron nehmen zum Beispiel, Bodybuilderin, wenn die Testosteron nehmen, so kann man übrigens erkennen, jetzt bekannte Personen im Social Media. Wenn plötzlich ihr Kiefer breiter wird, ihre Stimme tiefer wird, ihre Schultern breiter werden, da wo die Androgenrezeptoren sind, mehr Muskulatur entsteht, kannst du eigentlich zielsicher sein und sagen, die Frau nimmt Testosteron. Da gibt es einige Beispiele. Ich nenne keine Namen, weil wir wollen ja, dass das Video veröffentlicht werden kann. Aber wenn ihr die Sachen bei jemandem seht, dann wisst ihr schon, ah, bei der Frau ist vielleicht was, geht vielleicht was los, ja. Also, du siehst schon, wenn Frauen mehr Testosteron haben, werden die männlicher. Dann wirken die männlicher, dann sind die in ihrem Auftreten männlicher und wirken auch körperlich männlicher. Aber die wirken auch sexier auf viele Menschen. Und das widerspricht ja dem Argument, dass nur die Männlichkeit die Stabilität ausdrückt und die ganze... Also, ich würde sagen, also ich würde sagen, dass eine Frau, die Sport macht, schon sexier wirken kann. Aber wenn es dann in die Richtung geht, dass jemand exogene Hormone nimmt, exogenes Testosteron, ist es im Mittel eher nicht mehr so. Also, dann wirkt die im Mittel eher nicht mehr so... Aber ich glaube, das trifft auch auf Männer zu, weil Männer, die über den normalen Männlichkeit hinaus ihr Bodybuild, äh Quartier... Ja, irgendwann ist halt zu viel Männlichkeit. Du brauchst ja eine Balance, ne? Ja, jeder Mensch braucht eine Balance zwischen männlicher Energie und weiblicher Energie. Also, dadurch ist ja das Argument ja nicht mehr existent. Wenn du sagst, wenn man kräftiger ist, wenn man mehr Stabilität ausstrahlt, dann wird man sexier und beziehst es auf Männlichkeit, dann sage ich, das gilt für die Frauen genauso. Also, ich finde, eine Frau wird auch vielleicht sexier oder... Ja, doch, klar. Umso mehr Sicherheitsstärke sie ausstrahlt, umso durchtrainierter sie ist, auch im normalen Rahmen. Generell würde ich da auch keine... Also, ich denke, Stärke ist sexy, ja, aber nicht männlich. Aber generell würde ich da auch keine absoluten Aussagen machen, aber ich würde die Aussagen... Also, es gibt ja zum Beispiel Frauen, es gibt ja zum Beispiel Männer, die stehen auf dominante Frauen. Das ist einfach so, gibt es, ja. Und das wäre dann halt so ein Beispiel, wo es nicht passt mit Männlichkeit und Weiblichkeit. Ja, okay. Aber im Mittel ist es ja, im Mittel ist es halt anders. Im Mittel ist es eher so, dass die Frau darauf steht, zum Mann aufzuschauen. Und das stelle ich eine Frage. Also, meine Erfahrung ist eine andere, ja. Aber, okay. Jeder zieht ja auch so ein gewisses Tee vielleicht an. Aber ich würde das halt im statistischen Mittel, als im statistischen Mittel sehen. Ja, ja, ich auch. Aber halt anders. Ja, du sagst, was sagst du dann? Also, meine These ist, dass unabhängig vom Geschlecht ein Mensch attraktiver wirkt und dass auch zwischen Frauen und Männern kein großer, signifikanter Unterschied besteht, wenn jemand stärker ist, wenn jemand stabiler ist, dass er mehr sexier wird. Also, Sexualität ist erhöht, umso stabiler und stärker der wirkt. Also, niemand will jemanden, der irgendwie... Also, das heißt, niemand will, aber... Ja, gut, stimmt. Emotionale Instabilität, wenn es zu extrem wird, ist es natürlich, ähm... Du willst, starke gefestigte, schöne Personen sind sexier. Ja, ja, und... Also, schon, ja. Ich würde dir schon zustimmen. Aber ich glaube schon, dass bestimmte Eigenschaften bei Männern halt mehr ausgeprägt sind. Das ist ohne Frage. Das ist ohne Frage, aber... Und das ist vielleicht aber auch gut, dass sich das gegenseitig ergänzt. Also, ich... Ja. Also, ohne Frage. Ein Mann sieht anders aus. Ein Mann ist ein Mann, eine Frau ist eine Frau. Und es gibt Unterschiede biologischer Natur. Meine Frage und, äh, warum das Thema auch so oft triggert und auch mich triggert, äh, ist, dass, äh, in der Gesellschaft, in der wir leben, ich finde diese, diese Beharrung auf, äh, das ist urmännlich, das ist urweiblich. Ja. Und damit, äh, zum Beispiel auch Chancen, dem anderen ein Geschlecht nicht zu geben. Und damit meine ich auch beidseitig. Ja. Es gibt auch Männer, die gerne als Hebamme arbeiten wollen. Also, für mich ist das wirklich jetzt kein rein feministisches Thema, sondern wirklich ein ausgleichendes Thema. Ähm, das, das, da finde ich, in der Gesellschaft sollten wir einen Schritt weiter gehen. Ja. Da muss man ja vorsichtig sein mit solchen Sachen, weil das halt immer wieder, diese, unsere Prägung immer wieder so wiederholt und wiederholt. Ja. Ja. Also, ich glaube, dass wenn man, äh, also ich finde eh, ich meine, unsere Gesellschaft ist ja letztlich schon so strukturiert, dass jeder machen kann, was er will. Im Prinzip, ja. Also, jede Frau kann auch Pilotin und Astronautin werden. Aber nicht jeder Mann kann Hebamme werden. Ja, das stimmt. Und an der Stelle glaube ich aber, dass, ähm, bei gewissen Vorurteilen schon, ein ganz kleiner Kern Wahrheit dran ist, ja. Also, ich würde mich zum Beispiel irgendwie schon, ja, egal, es ist vielleicht zu vorurteilsbehaftet, da kommt gerade ein Mund in die Kamera. Ja, ist egal. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich... Aber ich denke, der Mann wird ja nicht Hebamme werden. Ich kann mir aber, ich kann mir aber zum Beispiel vorstellen, dass, ich formuliere es mal neutraler, dass die meisten Frauen sich wohler fühlen, wenn die Hebamme eine Frau ist. Gut, das kann man ja auswählen. Hebamme, hast ja freie Wahl, die Hebamme. Und ich glaube, dass sich dann von daher von alleine herausbilden wird, dass die meisten Frauen, die Hebamme, eine weibliche Hebamme wählen, und dass die, die meisten Männer halt daran scheitern würden, dass sie einfach nicht von einer Frau dafür bezahlt werden, die Hebamme zu sein. Und wenn man das mal umdreht... Über den Mechanismus, glaube ich, würde ich das relativ schnell regeln. Guck mal, da kommt ein Pudel, oder was ist das für einer? Gell, was bist du für einer? Bist du männlich oder weiblich? Oh, der rennt ja weg. Du brauchst keine Angst haben vor mir. Aber wenn wir das jetzt umdrehen, du sagst, okay, der Markt würde das regeln, ja, mach da ja gerade nicht auch in Bezug auf jetzt Frauen, die in bestimmten Bereichen aufgrund unserer Geschichte eben nicht in die Bereiche reinkommen, wo sie gern wollen würden. In welchen Bereichen können denn keine Frauen arbeiten in Deutschland? Können potenziell immer. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt siehst, in Führungspositionen sind ja noch weniger Frauen. Und ich weiß nicht, ob das an einem wenigen Skill liegt oder an dem Gefüge, was existiert. Naja, also ich hab, gut, ich hab über die Strukturen schwierig. Da müsste man jetzt sich überhaupt mal... Also da wird es ja irgendwelche Untersuchungen dazu geben, was die Gründe sind. Aber ich mein, wir hatten jetzt 16 Jahre lang eine Bundeskanzlerin. Das ist quasi so das höchste Amt, was man in Deutschland überhaupt haben kann. Eigentlich ist der Bundespräsident das höchste Amt, rein faktisch. Ja, also rein... War nur Klugscheißerei, sorry. Rein von der Machtstruktur stimmt das schon, aber der Bundespräsident hat ja quasi keine Macht in Deutschland. Das ist ja nicht so wie der Reichspräsident der Weimareritten. Aber rein auf dem Dings ist das das Staatsoberhaupt. Faktisch, faktisch hat der Bundeskanzler, gibt der Bundeskanzler die Richtlinie der Tagespolitik vor. Und dieses höchste Amt, das faktisch höchste Amt, was wir haben, das hatte jetzt 16 Jahre lang eine Frau inne. Also würde ich sagen, keine Frau alles machen. Aber es könnte auch nur instrumentalisiert für den Männern dann sein, dass okay, jetzt haben wir mal eine Frau gehabt. Ich glaube aber, dass... Das ist natürlich jetzt nur eine Hypothese, aber ich glaube, dass aufgrund beispielsweise der hormonellen Unterschiede zwischen Mann und Frau Männer im Mittel immer dominanter sind. Die etwas aggressiver sind, mehr Tatendrang haben, dann dementsprechend mehr arbeiten und so weiter. Und deswegen im Mittel das immer so sein wird, wenn wir keine Frauenquoten einführen. Und selbst wenn wir jetzt keinen Sexismus in der Gesellschaft hätten oder irgendwas. Selbst dann würde es immer noch meiner Behauptung nach so sein, dass wesentlich mehr Männer in Führungspositionen auftauchen würden als Frauen. Okay. Und ich würde da auch gar nicht regulierend eingreifen. Und ich bin auch der Meinung, dass in der Regel eine Frau, wenn sie gut genug ist und das Gleiche macht wie die Männer, auch dahin kommen kann, wo die Männer hinkommen können. Also ich würde nicht sagen, dass unsere Gesellschaft im Mittel so ist, dass Frauen da irgendwie extrem benachteiligt sind. Okay, ich verstehe vollkommen deine Sichtweise. Ich verstehe das vollkommen. Aber wie gesagt, das sind ja auch Fragen, die sind ja auch, also da müsste man jetzt irgendwie versuchen, eine empirische Antwort zu finden. Ja, aber ich finde das, wie gesagt, ich kann die Sichtweise nachvollziehen. Ich will einfach nur meine Sichtweise mal da einfach nur parallel dazu stellen, weil das jetzt gar nicht gegen deine Sichtweise ist. Ich gebe dir vollkommen recht, Männer sind vom Grunde auf leistungsorientierte. Männer sind dominanter vom Grunde auf, können sich auch mehr in die Arbeit reinsteigen und machen. So vom Grunde auf gebe ich dir vollkommen recht. Im Mittel. Im Mittel, genau. Natürlich. Weil du wirst immer, du kannst irgendeinen Typen finden. Ja, vollkommen klar. Und du findest irgendwo auf der Welt eine Frau, die mehr macht und besser ist als der. Brauchen wir nicht reden. Also in vielen Fällen. Wir reden ja so. Beim Sport jetzt nicht. Beim Sport ist es immer so, der ist ein Hochleistungssportler der Beste der Welt. Da gibt es keine Frau, die besser ist als der Mann. Da hat man ja dann quasi das Mittel. Okay, aber um das nochmal zu Ende zu führen. Und dann wird an den Führungspositionen werden die leistungsstärksten Menschen stehen, sage ich einfach mal. Und jetzt ist meine These, die daneben steht, ist das so sinnvoll, dass der leistungsorientierte Sist da oben steht. Ich, und deswegen ist die Meinung der Parallelmeldung, finde, dass wir schon zu sehr leistungsorientiert sind. Und für mich persönlich wäre es wünschenswerter, mehr empathische Menschen zu haben in Führungspositionen. Menschen, die dafür sorgen, dass sich die Leute besser fühlen. Dass wir vielleicht nicht so produktiv sind, aber dass wir uns insgesamt besser fühlen, dass wir ausgeglichener sind, mehr Liebe verteilen und so weiter. Und da wünschte ich mir deswegen Frauen mehr in Führungspositionen und zwar nicht die Frauen, die die Statistik... Aber jetzt haben sie ja doch andere Eigenschaften als die Männer, wenn sie mehr lieben. Das habe ich ja anfangs gesagt. Und da habe ich ja nie widersprochen, dass evolutionär Frauen und Männer unterschiedlich sind. Meine Frage bezieht sich nur, sollten wir eingreifen oder sollten wir in unserer Gesellschaft Strukturen bewusst ändern, um eben jetzt in dem Fall von der Leistungsorientierung weg zu gehen und dass wir ein harmonischeres Miteinander haben. Weil die Frauen, die nach oben kommen können, wie eine Angela Merkel, das sind leistungsorientierte, das sind die statistischen Ausreiser, sage ich mal. Und deswegen plädiere ich dafür, aber nur wenn man meiner These folgt, dass Leistungsorientierung nicht das Beste ist. Also das ist ja eher der Konsens der Gesellschaft. Mein Konsens wäre halt eben nicht die Leistungsorientierung und deshalb Frauen hochbringt in Führungspositionen. Also ich glaube, dass uns allen ein bisschen mehr Weisheit, Empathie und Mitgefühl auf jeden Fall gut tun würden. Das heißt bisschen so in Führungsetagen, prozentmäßig? Ne, ich fände es zum Beispiel gut, wenn wir Kindern in der Schule zumindest anbieten würden, in bestimmte Weisheitstraditionen einzusteigen. Okay. Also ich zum Beispiel habe meine Zeit lang Metameditation praktiziert und mich hat das verändert. Mich hat das verändert in der Art und Weise, wie ich die Welt und andere Menschen wahrgenommen habe. Ja. Und mir hat das zum Beispiel auch die Zen-Praxis hat mich dahingehend verändert, dass ich mir mehr darüber Gedanken mache. Ist mein Gegenüber glücklich? Wie geht es dem? Was geht in dem vor? Und jetzt nicht um Schach mit dem zu spielen und zu übertrumpfen, sondern um wirklich zu verstehen, wie fühlt der andere und wie kann ich mit dem anderen auf eine produktive Art und Weise interagieren. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft auf jeden Fall mehr davon braucht. Okay. Definitiv. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass Leistungsorientiertheit nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Auf keinen Fall. Also ich glaube nicht, dass man ein iPhone 13 Pro Plus mit x Millionen Megapixel Kamera haben kann und gleichzeitig in der Führungsspitze Leute, die nicht produktiv sein wollen oder viel weniger produktiv sein wollen. Also ich glaube, dass… Doch, ich denke einfach nur zehn Jahre später. Da würde man heute mit einem iPhone 7 dastehen. Oh. Ja. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ja, also gut. Jedenfalls, ich glaube, dass du diese gegensätzlichen Kräfte eh immer haben wirst in der Gesellschaft. In der Führungsetage eben nicht. Da ist Leistungsorientiertheit ganz klar vorne. Ja, ist Leistungsorientiertheit wichtiger. In anderen Ebenen sind halt andere Dinge wichtiger. Ja. Aber gut, wenn wir jetzt… Die werden auch meist nicht so gut bezahlt. Ja, aber… Ja, aber… Wo es einfach Empathie drauf ankommt. Ja, gut, aber wobei… Da jetzt… Also… Da könnte man ja auch lange drüber diskutieren, womit das zusammenhängt. Also… Okay. Weil… Ich stelle jetzt mal eine steile These in den Raum, die ich nicht zur Diskussion stelle, aber das können deine Zuschauer gerne in den Kommentaren diskutieren. Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man sich hinstellt und sagt, Gesundheit sollte für alle kostenlos sein. Kranken… Jeder sollte ins Krankenhaus gehen und sollte kostenlos sein. Gehen dürfen. Und sollte kostenlos behandelt werden dürfen. Auf dem Standpunkt stehen wir ja aktuell in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, wenn man das sagt, sagt man auf der anderen Seite, die Menschen, die in dem System arbeiten, die sollen für mich bitte schön kostenlos arbeiten. Und wenn man sich auf den Standpunkt stellt, braucht man sich nicht wundern, wenn man das System rauskriegt, was wir aktuell haben. Ja, ich finde… Das ist nämlich genau in den Bereichen… Das ist nämlich genau in den Bereichen Erziehung und Krankenversorgung und so weiter, die Menschen völlig überarbeitet sind und halt überhaupt viel zu wenig Geld kriegen für das, was sie machen. Also ich glaube, dass ein Grundfehler unserer Gesellschaft und unseres Denkens ist, dass wir regulierend und zwar so von oben nach unten regulierend in die Sachen eingreifen müssen. Also ich glaube, dass… Ja gut, ich meine, da könnten wir jetzt… Da müssten wir jetzt halt diskutieren, was für ein alternatives Gesellschaftsmodell wir irgendwie anfangen wollen. Okay, ich glaube, das würde dann eher ein zweites Video werden. Würde den Rahmen sprengen. Aber ich glaube… Also ich würde nicht… Ich glaube schon, dass es uns allen gut tun würde, wenn wir ein bisschen mehr mit diesen Dingen, die ich gerade genannt habe, in Kontakt kämen, in Kontakt kommen könnten. Wir können aber halt auch niemanden dazu zwingen. Du kannst einen anderen Menschen nicht dazu zwingen, empathisch zu sein. Nein, aber du kannst halt Führungsstrukturen schaffen, wo die Kultur mehr Einzug erhält. Und das kannst du schon bewusst… Schwierig, weil dann gründet ja irgendwer ein Unternehmen und sagt, in meinem Unternehmen ist es scheißegal und das wird dann das Unternehmen sein, das alle überflügelt. Warum machst du jetzt schwarz-weiß? Es kann doch sein, ein leistungsorientiertes Unternehmen, was nicht ganz so leistungsorientiert ist, was aber den Faktor Empathie und Wohlgefühl… Und das ist ja ein Trend, der… Passt ja nur die amerikanischen Unternehmen anzugucken… Aber den ist ja schon so, oder? Genau, ist schon so. Den gibt's ja schon. Den Trend gibt's schon. Und deswegen… Und der Trend hat ja irgendwo seinen Ursprung. Und ich denke, Feminismus ist sicherlich ein Aspekt davon, dass Frauen mehr… Erste und zweite Welle Feminismus vielleicht… Ja, vielleicht. Auf jeden Fall. Ja. Aber ich sag mal, um ein Resümee zu machen. Wir beide sind der Meinung, das können wir, glaube ich, festhalten, es ist wichtig, leistungsorientiert heit ist in gewisser Form wichtig, aber auch Menschlichkeit und Empathie ist wichtig. Ja, absolut. Gut, da haben wir einen Konsens. Ich… Und das ist die Wahrscheinlichkeit… Das muss ich aber auch nicht widersprechen eigentlich. Ja, aber ich sag mal, um ein Diskussionsthema für die Kommentare aufzumachen, würde ich sagen, und deswegen würde ich tatsächlich Frauenquoten einführen und zwar eben, weil die leistungsorientierten Frauen sich zwar nach oben arbeiten können, aber die Frauen, die ich oben haben möchte oder die Menschen, die ich oben haben möchte, das können ja auch Männer sein, aber dadurch ein biologischer Unterschied existiert, blablabla, sind es immer Frauen. Also Frauen nach oben, die sich eben nicht kämpfen, sondern die durch eine Quote hochgebracht werden. Ein klarer Daumen nach oben für mich. Wie siehst du das, David? Ja, ich bin gegen die Frauenquote. Okay. Absolut. Ich glaube auch, dass es die Frauen, die nach oben kommen, durch die Frauenquote schwerer haben werden und dass es die Frauen abwertet. Ja. Weil die Leute, die dann oben sind, sich wahrscheinlich, ah, das ist unsere Quotenfrau. Also, aber ja, es gibt ja solche und solche. Interessant. Die Diskussion wird ein Brett werden. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Alles klar. Dann belassen wir uns das hierbei. Und ja, David, werdet ihr vielleicht noch in dem zweiten Interview auch nochmal sehen. Wie gesagt, exklusiv. Jetzt gibt es ihn ja nicht mehr auf YouTube, sondern auf Instagram. Aber ja, Kontakt mit dir kann man trotzdem herstellen. Das heißt, Instagram ist unten verlinkt. Und genau. Also vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Interview. Aber jetzt erst mal eure Meinung. Frauen in Führungsposition, Quote oder nicht. Männlichkeit, Sexualität. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Lasst raus. Das ist ein Thema, was mich ultra bewegt. Dich auch in deinen Videos, die damals zu sehen waren. Aber na gut. Dann verabschieden wir uns erst mal hier und sehen uns das wunderschöne Heidelberg an. Und ja. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.